Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nüchterweisheit letzter Schluss. Heute gucke ich mir Devuan 4 an, beziehungsweise die Beta davon und installiere darauf TDE. Was das Ganze ist, schauen wir uns jetzt mal an. Doch erstmal meine typische Selbstbeweihräucherung, was ich alles so mache und tue und mit dem Zusatz am Ende heute, verwendet vorzugsweise Debian und schaut sich eher selten andere Distributionen an. Heute ist so eine Ausnahme. Was ist eigentlich dieses Devuan? Wenn ihr die ganzen Informationen haben wollt, gibt es dazu eine Projektseite, devuan.org. Dort findet ihr auch Installations-ISOs, weitere Informationen. Und wenn ihr von Debian auf Devuan umsteigen möchtet, findet ihr auch dazu Informationen. Doch was ist das Ganze erstmal? Devuan ist eine Variante von Debian, vielleicht ganz grob gesagt, die ihr allerdings kein System D verwendet. Ihr habt die Wahl zwischen sechs verschiedenen Innet-Systemen und im Großen und Ganzen ist es quasi Debian, aber es verwendet ein anderes Innet-System. Zu System D wurde vieles gemacht und getan und es hat mich auch an einigen Stellen sehr viel Nerven gekostet. Ist immer gut, wenn man nach Zeit bezahlt wird, dann ist System D eine gute Sache. Aber an anderen Stellen denke ich mir, das hätte man auch schöner machen können. Die SD-Vuan 4.0 Chimera ist aktuell in der Beta-Phase und es sieht so aus, als ob jede Nacht ein neues ISO generiert wird. Ich habe jetzt das vom 23.08. und das Video zeichne ich am 24.08. auf. Das Ganze möchte ich mir jetzt mal angucken. Ich habe es noch nicht ausprobiert, von daher ist das für mich genauso unbekannt wie für euch, wo ihr jetzt wahrscheinlich zuguckt. Und schauen wir einfach mal, was denn passiert. So, aber was habe ich vor? Ich nehme wiederum eine Virtual Box und möchte das Ganze da drin installieren. Ich zeige euch das jetzt nicht nochmal, wie man diese virtuelle Maschine anlegt. Falls euch das interessiert, habe ich hier verlinkt das Video dazu, wie ihr das einfach macht. Und ich werde das ähnlich aufbauen von der Installation her oder ich werde es versuchen, gebe wiederum eine statische IP-Adresse vor. Und falls es das auch gibt, wie unter Debian, nur Standardwerkzeuge und SSH-Server. Und dann werde ich versuchen, ob man die Virtual Box Gast-Erweiterung installieren kann. Ob das genauso einfach geht, wie bei der Vorab-Version von Debian 11, wozu ich ein Video gemacht habe. Und dann werde ich versuchen, TDE, meinen Lieblings-Desktop zu installieren und weitere Software, die mit dazu gehört. Falls ihr TDE nicht kennen solltet, das ist die Fortführung von KDE 3.5. Das ist so ähnlich wie bei Mate und GNOME 2. So, jetzt schauen wir doch einfach mal, wie das Ganze aussieht. Ich habe schon das ISO in eine virtuelle Maschine eingelegt. Und das Erste, was mir auffällt, neben dem Schriftzug, wo DEVORAN steht und nicht DEBIAN, ist, dass ich hier keine grafische Installation habe. Hier gibt es bloß Install. Das wird wahrscheinlich der Text-Modus sein. Und mal gucken. Ja. Bisschen kleiner. So. Habe ich das. Ansonsten sieht es erstmal so aus wie Debian im Text-Modus. Aller Text-Modus. Installer. German, genau. Land, Deutschland. Okay, ich glaube, DEBIAN schlägt gleich schon das Richtige vor. Gucken. Deutsch, ja. So. Das sieht jetzt auch erstmal eher bekannt aus. Genau, das ist auch irgendwie bekannt. Versucht, Informationen über das Netzwerk zu ermitteln. Also gibt es einen DHCP-Server. Wenn ja, IP-Adresse abholen. Achso, jetzt erst IP-Adresse abholen. Das kann dauern, beziehungsweise es wird nie funktionieren in meinem Netzwerk. So, ich gebe das nämlich per Hand als statische IP-Adresse an. 192, 168, 1, 40. Das stimmt. Da habe ich die 5 als Gateway. DNS-Server ist auch die 5 bei mir. Die wurden als Rechner in der Arme. Warum nicht? Domain habe ich keine. Ich möchte das Gerät nicht am Internet betreiben oder habe intern auch keine Domain. Von daher bleibt das leer. Ja, jetzt vergebe ich ein kurzes Passwort für Produktivsysteme oder alles, was wichtig ist. Natürlich auch was langes. So. Benutzer heißt Test. Konto heißt auch Test. Passwort heißt auch Test. Einfach durch. So, mal gucken. NTP-Server, die aktuelle Zeit abholen. Wenn das funktioniert, hat das Netzwerk schon mal funktioniert. Das ist gut. Partitionierung und Formatierung. Dann mal jetzt auch die einfache Variante geführt und die vollständige Festplatte verwenden. Nicht verschlüsseln. Kein LVM. Einfach so drauf. Und. Genau. Da auch. Und dann habe ich eben zwei Partitionen. Eine Partition für das Betriebssystem. Die Distribution. Für die ganzen Anwendungen. Für Daten. Alles. Ansonsten könnte ich auch so eine Aufteilung machen, wo das mehrere Partitionen sind. Will ich nicht. Und ein Gigabyte Swap. Beenden und Änderungen übernehmen. Das Ganze soll auch noch geschrieben werden auf die Festplatte, beziehungsweise die SSD. Ansonsten könnten wir jetzt nochmal das Spiel spielen. Aber damit war ich schon zufrieden. Jetzt werden diese grundlegenden Pakete installiert. Das ist auch so wie bei Debian im Textmodus Installer. Das fühlt sich erstmal so an wie ein standardmäßiges Debian. Ist es ja letztendlich auch bloß mit anderen Initsystemen, beziehungsweise mit verschiedenen Initsystemen, die ich mir aussuchen kann. So, jetzt auch wiederum die Frage, ob ich weitere Installationsmedien hätte. Bei Debian gibt es auch verschiedene Sätze mit CDs und DVD gibt es glaube ich auch. Das ist alles auf der Webseite beschrieben. Falls ich jetzt mir ein zusätzliches ISO runtergeladen hätte oder falls ich es echt installiere auf eine CD oder DVD gebrannt hätte, könnte ich das jetzt direkt einlegen. Aber das möchte ich nicht. Ich möchte die Software aus dem Internet installieren, denn ich habe auch diesen Net-Installer genommen. Also von daher möchte ich es auch über das Netzwerk installieren. So, jetzt kann ich aussuchen, welchen Digi-Server ich haben möchte. Da gibt es zwei. Bei Debian gibt es deutlich mehr. Ich nehme jetzt einfach den ersten. Ich möchte auch keinen Proxy verwenden, der Pakete zwischenspeichern könnte. So etwas macht Sinn, wenn man wirklich viele Systeme installiert mit sehr ähnlichem oder gleichem Paketstand. Das benutze ich für M23 Clients, denn dann muss jedes Paket bloß noch einmal aus dem Internet runtergeladen werden. Und das möchte ich jetzt hier nicht nutzen. Aber eine gute Option, um wirklich Bandbreite zu sparen. So, jetzt haben die hier auch genau dasselbe Prinzip wie bei Debian. Diesen Popularity Contest, damit wirklich häufig benutzte Pakete, also das ist quasi so eine Abstimmung, auch auf den ersten CDs oder auf der ersten CD-DVD landen. Und dass man quasi bloß die runterladen muss und da die Pakete drauf sind, die wirklich viele Leute für ihre Server, für ihre Desktops benutzen. Daran möchte ich jetzt auch nicht teilnehmen, denn diese vor allem schmeiße ich hinterher weg und das würde keinem helfen, wenn ich das mache. Also sage ich hier nein. So. Und mal gucken. Genau, Task Sale. Da steht jetzt auch wieder Debian Desktop Environment, also bei Debian steht halt entsprechend Debian Desktop Environment und ich habe XFCE, Mate, Cinnamon, KDE sogar, LXQT und sogar Gnome dabei. Ja, dass das Ganze auch funktioniert ohne System-D ist eigentlich eine tolle Sache, aber ich habe ja was anderes vor. Ich möchte bloß Standard System-Werkzeuge und den SSH-Server weiter. So, das ist jetzt wirklich anders als bei Debian. Ich habe jetzt an dieser Stelle schon die Möglichkeit, drei verschiedene Innit-Systeme mir auszuwählen. Beziehungsweise ich muss mich jetzt für eins entscheiden. Und SysV-Init, das ist das, ja, das Traditionelle quasi, was bei Debian sehr lange benutzt wurde. OpenRC kenne ich jetzt so nicht und R-Unit auch nicht. OpenRC ist vielleicht bei Gentoo-Standard oder so. Also ich lasse es jetzt bei SysV-Init, das ist das, was ich kenne. Und da erwarte ich jetzt eigentlich, dass es so ist, wie ich es kenne von älteren Debian-Versionen. So, jetzt wird noch Grub installiert. Genau, das ist auch wie bei Debian. Ja, ich möchte Grub installieren und auch auf meinem primären Laufwerk. Also meiner einzigen Festplatte hier drin. Ansonsten würde das System hinterher auch nicht booten. Das sieht eben auch aus wie Debian. Also das ist jetzt auch kein großer Unterschied. Also bis auf Namensänderung und Auswahl vom Innit-System ist es quasi genau dasselbe. so von der Nutzer-Erfahrung, nenne ich das mal. So, Installation abgeschlossen. Sehr gut, weiter. Und was ihr nicht sehen könnt, aber der Debian-Installer hat auch das ISO ausgeworfen. Also vielmehr die virtuelle CD aus dem Laufwerk entfernt. Das schaffen auch nicht alle Installer. Das ist auch gut. Und gucken wir einfach mal, ob es hochfährt. Das sieht erst mal nicht so aus. Gucken. Ja, auf den anderen Konsolen ist nichts. Sie startet jetzt mal neu. Und genau, pute einmal von da und mal gucken. Also mit E bin ich jetzt in diesen Grub-Einstellungen. Und normalerweise steht da immer sowas wie Quiet. Also das heißt, es unterdrückt mir die Ausgabe, die mir eigentlich hilft. Das ist, glaube ich, gedacht für Leute, die sich nicht so auskennen, die mit zu viel Text und Ausgaben von so einem Kernel überfordert wären. Aber, na, äh, da. Das nehme ich jetzt einfach mal weg und drücke F10 zum Booten. So, mal gucken. Genau. Dort stehen jetzt nämlich die ganzen Einträge, was das macht. Jetzt geht's. Hä? Okay. Jetzt, jetzt, äh. Hm, hm, hm. Ah, vertippt. Achso. Ja, genau. So, und jetzt starte ich den nochmal neu. Mal gucken, ob es jetzt im zweiten Anlauf auch geht. Ohne, dass ich das Quiet wegnehme. Ja. Vorführeffekt. Das erste Mal darf's nicht. Ja, das erste Mal muss es auch nicht funktionieren. So. Ähm. Möge ich mich nochmal an. Mach mal so ein Ping und gucke mal. So, mein Gateway funktioniert. Das ist auch sehr schön. Und, äh, etc.init.d sind diese ganzen Sysv-Init-Start-Skripte drin. Für alle Dienste, die dort sind. Unter anderem auch SSH. Ähm. Gucken. Kann ich Status angeben. Genau. Und, ähm. Damit kann ich halt den, äh, Informationen angeben. So ein Befehl. Und, da sagt er mir nochmal, was da alles geht. Also ich kann mir Status angucken. Da sagt er mir, wenn ich beim SSH-Status mache. SSH-D ist running. Sehr gut. Ich könnte das Ganze auch starten, stoppen, reloaden, äh, restarten. Und, ähm, genau. Ja. Weil ich ja nicht dieses Sys, wer ist das? System CTL, CTL-Dings habe von, äh, von dem System D. Funktioniert jetzt über diese Skripte. Und ich kann da eben auch sehr schnell mit dem, äh, Tabulator Dinge vervollständigen. Also SSH-Server soll laufen. Gucken wir uns das Ganze auch nochmal an, ob das auch in meiner Konsole auch wirklich so ist. SSH und, ähm, muss ich wahrscheinlich jetzt Testbenutzer anmelden. Und die 40. Sieht auch schon mal gut aus. Ich habe mich dagegen noch nicht verbunden. Also von daher, ähm, ist der SSH-Schlüssel auch nicht bekannt. Von der Maschine, von dem DEVORAN. Und ich könnte das überprüfen. Das, äh, ist eine gute Sache, wenn man diese Systeme nicht kennt. Äh, aber das innerhalb von meinem Testnetzwerk ist, ignoriere ich das einfach mal. Ich, äh, bestätige das jetzt, äh, über Yes, habe ich schon gemacht. Und jetzt gebe ich noch mein Passwort ein. Und jetzt bin ich auf der Maschine. So, so, so und Minus. Damit werde ich jetzt Root. Ja, sehr schön. Das ist eigentlich, ähm, so wie ich es erwartet habe. Oder wie ich, sagen wir mal, wie, wie ich es gehofft habe, dass es funktioniert. Also das ist, ähm, die gute Variante. Okay, dann als nächstes. Ähm, ich wollte die Gast-Erweiterung installieren. Dafür lege ich dir, ähm, dieses ISO mit den Gast-Erweiterungen ein in die virtuelle Maschine. Ähm, das funktioniert über die, ähm, über das Menü von VirtualBox. Auf Geräte gehen, Gast-Erweiterung einlegen und dann habt ihr ja so eine virtuelle CD im Laufwerk. Ähm, Root bin ich schon geworden. Das brauchen wir also nicht noch. Ich gehe jetzt wieder zurück zur virtuellen Maschine. Und mounte devsr, das ist genauso wie bei Debian. Und mounte dieses ISO mit der Gast-Erweiterung, mit diesen ganzen Paketen da drauf, nach MNT. So, und. Jetzt, ähm. Hm, 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 hm. Und damit kann ich das Ganze jetzt installieren. Das funktioniert unter Debian. Mal gucken, ob es auch unter DEVUAN geht. So, ähm, hm, hm. Für Debian 11 ist dieses Kernmodul direkt schon in dieser Gast-Erweiterung mit drin. Und da DEVUAN ist irgendwie ein leicht anderer Kernel drin, sodass das nicht passt, dieses Modul, was da mitgeliefert ist. Also müssen wir es kompilieren. Und damit wir das Ganze kompilieren können, brauchen wir die Kernel-Header. Und da gucke ich mal. Ähm. Ja, obwohl. War ich mal anders? Unname-A. Da haben wir einmal die Version von unserem Kernel. Und wenn ich hier gucke. Get Selektions. Ähm. Also mit dpkg-getSelections liste ich alle auf diesem System installierten Pakete auf. Mache ich einmal so. So, dann haben wir hier so eine lange Liste. Und wenn ich jetzt gucken möchte, welche Kernel-Pakete drin sind, also installiert wurden, kann ich das hier mit grep, ähm, einschränken. Dann habe ich bloß noch die Pakete aufgelistet, die das Schlüsselwort Linux enthalten. Das ist auch egal, ob es am Anfang steht, am Ende steht oder in der Mitte. Vollkommen egal. Hauptsache in der jeweiligen Zeile steht es drin. Da sehe ich jetzt einmal, dass, ähm, dieses Linux-Image, das ist der kompilierte Kernel für die jeweilige Architektur, vor allem D64 in diesem Fall, ähm, das ist in diesem Paket mit drin. Und, ähm, jetzt brauche ich noch das dazugehörige Header-Paket. apt, apt, t, get, install, Linux, das mache ich aus diesem Image, headers, und dazu müssen jetzt eigentlich die passenden Pakete nachgezogen werden. Und wir haben hier einmal dieses quasi generische Paket, ähm, wo bloß drin steht, dass es vor allem D64 ist, und das zieht immer den aktuellsten Kernel mit, also das hier. 5, 10, 0 und in der Patch-Version 8. Und, äh, solange dieses Paket da ist, wird bei jedem aktualisierenden gleich auch immer das nächstes, äh, was verfügbar ist, mit installiert. Und so ist es eben bei diesen Kernel-Headers auch. Wenn ich jetzt dieses Kernel-Headers-Paket installiere, dann werden mir auch gleich hier noch BIN-Utils und der C-Compiler, der C++-Compiler mit installiert. Und Bibliothek, die ich brauche, um diesen Kernel, ähm, zu kompilieren, beziehungsweise um dafür Module bauen zu können. Das brauchen wir jetzt. Das braucht jetzt nochmal 239 MB nachher in Pakt auf der Festplatte. Und wenn das soweit fertig ist, wird hoffentlich die Installation von dieser VirtualBox-Gasterweiterung funktionieren. Schauen wir mal. So, das ist jetzt soweit installiert. So, und jetzt gucken wir nochmal, wenn ich das jetzt nochmal aufrufe, mal gucken, was dann passiert. So, was haben wir jetzt? Ähm, so, bilden. K-M-Lin-Utils. To, was? GCC-Make-Pearl. Oh. Make? Kein Make? Oh. Perl gibt's. Ah, kein Make installiert. Das ist ja auch irgendwie blöd. So. Dann brauchen wir nochmal Make. Okay, nächste Runde. Nochmal gucken, ob's jetzt geht. Das dauert jetzt schon mal länger. Länger ist ja in diesem Fall durchaus besser. Körnel-Modul kompilieren. Das Schöne daran ist ja, ihr müsst die Körnel-Header bloß einmal installieren, denn die werden automatisch ja auch immer aktualisiert, weil es ist ja auch wieder dieses generische Körnel-Header-Paket, was denn auch immer wiederum das passende Körnel-Header-Paket für die jeweilige Version von dem Körnel nachzieht. Wenn ich jetzt nochmal gucke, also das sieht erstmal gut aus. Get selections, genau, wenn ich jetzt das nochmal nehme und hier aders eintippe, dann habe ich hier jetzt quasi genau wieder sowas. Also ich habe jetzt dieses Linux-Headers-AMD64-Paket und das zieht einmal das passende Headers-15-08-Paket hinterher. Einmal mit dem spezifischen Teil für AMD64 und dem Kammenteil, der wahrscheinlich für alle unterstützten CPU-Architekturen gleich ist. So, das ist eigentlich auch erstmal gut, also es sieht erstmal gut aus, ob es funktioniert, werden wir nach dem Neustart sehen. Ich mache das jetzt analog zu dem anderen Video, was ich vorher gemacht habe. Ich mache jetzt keinen Neustart, denn als nächstes möchte ich TDE installieren. TDE habe ich in diesem anderen Video auch schon installiert, habe ich ja auch da, wo es so rumzappelt, da verlinkt. Der einzige Unterschied, der dieses TDE-Install-Skript von dem für Debian 11 unterscheidet ist, ich habe Pulseye durch Chimera ersetzt. Also den quasi Codenamen der jeweiligen Distribution habe ich ersetzt. Für TDE gibt es als Rolling Release auch Pakete für Chimera, also für das kommende Devuan 4.0. Da ich mir das Leben jetzt wieder einfach machen will, kopiere ich mir jetzt diesen Link, der dahinter ist, in die Zwischenablage und füge den gleich auf der Konsole wieder ein. Jetzt gehe ich nach Temp und lade mir dieses Skript herunter und gucken wir halt wieder mal rein. Bei Sachen, die ihr aus dem Internet runterladet, guckt lieber nochmal rein bei Skripten und sonst was. Einmal reingucken ist besser als hinterher drüber rumheulen, dass da Dinge drin waren, die ihr gar nicht haben wolltet. Also wir tragen als erstes wiederum die Paketquellen in eine extra Datei für Trinity rein und hier steht halt Chimera. Beim anderen Video stand da halt Pulseye und das ist jetzt anders. Der Signaturschlüssel, mit dem überprüft wird, ob die Pakete in Ordnung sind, wird hier heruntergeladen als Debian-Paket. Danach wird dieses Debian-Paket installiert und hinterher wird es auch wieder gelöscht. Denn nach dem Installieren brauchen wir es nicht mehr. Und dann aktualisieren wir einmal die Paketliste über apt-get-update und dann verwende ich diesen nicht interaktiven apt-modus. Normalerweise würde apt an verschiedenen Stellen nachfragen, ja, sollen wir das so und so konfigurieren? Und wenn ich hier sage Debian-Frontend gleich non-interactive, dann kommen diese ganzen Dialoge nicht und dann wird alles mit Standardwerten installiert. Das möchte ich hier haben. Und dann haben wir hier einmal das Basispaket von Trinity und noch so eine Auswahl mit verschiedenen Paketen, die ich immer ganz gerne mit dabei habe. Wie, wenn wir da Archive angucken, CDs, DVD-Brennen, ob man es noch braucht, ist wiederum was anderes. Und mein Text-Editor, den ich immer wieder gerne nehme, Cade und vieles anderes mit dabei. Am Ende, ja, lösche ich diesen Wert der Variablen wiederum und dann am Ende wird das ganze System einmal neu gestartet, um auch diese Module, dieses Kernel-Modul für VirtualBox zu aktivieren. Okay. Mal gucken. Mit, ja, Bash wird das ganze einmal ausgeführt. Das Skript, jetzt werden die, also dieses, dieser Keyring, also dieses Paket mit den verschiedenen Schlüsseln, Signaturschlüssel wurde runtergeladen, wurde installiert und hier kommt jetzt das Basispaket mit einigen Änderungen und jetzt hangelt sich das an dieser Liste längs und, ja, das dauert jetzt. So, und jetzt als Übersicht haben wir, ähm, 441 MB müssen runtergeladen werden und hinterher haben wir 1.445 MB zusätzlich. Ich glaube, in dem anderen Video habe ich gesagt, so was wie, ja, das ist zwar relativ viel, aber nicht so fett wie so andere Desktops und es sind ja auch relativ viele Anwendungsprogramme mit dabei. Ähm, ja, von daher, das dauert ein bisschen, aber das sind jetzt schon hier 66, 78 und so weiter Prozent. Geht eigentlich relativ zügig, liegt aber auch daran, dass die Internetverbindung hier ganz gut ist. Und da ist sogar TDE-Velop mit bei, eine, ähm, integrierte Entwicklungsumgebung für C, C++, ist eigentlich auch ganz nett. Ja, so was ist eben mit dabei, dass wir ja so bei anderen Desktops nicht unbedingt im Standardinstallationsumfang mit bei. Von daher dauert es, aber es geht auch wiederum schnell, einerseits, andererseits. So, das war das Runterladen. Und jetzt geht's ans Entpacken und dann kommt noch das Einrichten von den Paketen. So. So, das war jetzt auch schon der Neustart im Skript. Gucken wir einmal kurz, was die virtuelle Maschine macht. Die hat also neu gestartet und jetzt fährt's auch schon hoch. So, mal gucken. Hey! So. Und, ähm, jetzt kann ich mich anmelden. Oh. Das dauert beim ersten Mal immer ein bisschen länger, weil hier so eine Konfiguration, Einrichtungs... Und ja, die Gasterweiterungen funktionieren. Das sieht man daran, dass ich jetzt dieses Fenster hier quasi skalieren kann, bliebig. Und, äh, ich mach das für euch jetzt auch nochmal ein bisschen. So. Hm, hm, hm. So. So. So, ist eigentlich ganz schön. Ähm, der Hintergrund passt sich jetzt nicht dynamisch an, aber es passt jetzt halt mehr auf den Monitor. Ich kann, ähm, das Fenster von der virtuellen Maschine halt, äh, in der Größe ändern. Und der Desktop passt sich halt an in der Größe. So, genau. Könnte ich auswählen, wie ich das Ganze optisch haben möchte. Das habe ich auch schon mal in dem anderen Video so gezeigt. Und, ähm, ja. Mach ich jetzt einfach bloß einmal schnell durch. Damit ich weiß, ob das prinzipiell soweit funktioniert. Jetzt wird noch irgendwie was nachkonfiguriert. Und jetzt kommt der Start. Ähm, ja. Und schon ist er vorbei. Okay. Es macht sogar Lärm. Toll. Ja, ähm, schön. Also, das funktioniert alles. Das sieht alles gut aus. So wie ich es erhofft habe, dass es funktioniert. Ja, ja. Also, das, ähm, ist ja alles erstaunlich schmerzfrei. Ähm, bei anderen Sachen passieren ja immer Dinge, die ich nicht vorausahne. Und dann muss ich x-fach ansetzen, bis ich das dann soweit hin habe. Also, in dieser Folge ist es wirklich ein durchgehendes Video, was ich zusammenschneiden werde. Also, da sind jetzt keine Unfälle drin. So, dass ich das aus mehreren Teilen zusammenstückeln müsste oder sonst was. Ähm, von daher, das hat mich jetzt, ähm, positiv überrascht, dass es alles so geht. Und es ist ja erst die Beta-Variante von D1-4, welches auf dem Debian 11 basiert. Und das macht jetzt schon eigentlich einen sehr ausgereiften Eindruck. Ja, also, mir gefällt es erstmal so, ob ich das irgendwie benutzen würde. Ist wiederum was anderes. Aber erstmal, das hinterlässt einen positiven Eindruck. Falls ihr das Ganze auch selbst einmal ausprobieren möchtet, guckt einfach in den Folien nochmal nach. Dort habe ich ein paar Informationen für euch, wo ihr das Ganze runterladen könnt. Und wie ihr es, ähm, installiert habt ihr jetzt ja gesehen, wenn ihr das Video geguckt habt bis zum Ende. Und ansonsten viel Spaß beim Ausprobieren, beim Nicht-Ausprobieren. Dann, ähm, ansonsten bis zum nächsten Mal, ähm, drückt die Glocke und, äh, abonniert und sagt's weiter. So, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.